Willkommen zurück, meine lieben Freunde, ich bin euer Foto und wir sind zurück bei Disco Imblysium mit unserem lieben Harry, der das letzte Mal einiges davon erfahren hat, was er gemacht hat, als er ziemlich befunden war. Bei einem netten Penner, der wie auch immer geheißen hat, ich kann mich nicht mehr erinnern, schrecklich einfach. Okay, können wir hier was anmalen? Ich meine, wir hatten doch hier eine Begegnung, jetzt wo ich die Farbe habe, habe ich jetzt Farbe, frage ich mich gerade, oder nicht? Sind die? Nein, ich würde ganz gern selbst eines zeichnen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Vielleicht schiegt man auch noch einen Pinsel. Ich bin mir sicher, dass ich hier was herzeichnen kann. Aber ich sehe hier nichts mehr, das ist ein bisschen irritierend. Ich konnte das anklicken, normal, aber naja, vielleicht, weil ich nicht den ArtCop mir genommen habe. Es gibt ja noch andere hier, rigorous self-reviewed, ein White Morning ist das der ArtCop. Ich werde darauf anschauen. Diese Anklicken, die K-13-1 gear ist das reverend, von念оров und Locker. Die K-13-2 gear erreichen hat. See your eyelids flutter. At the mention of what? A great white object letting out a sweet smell. Like a lily of the weather. The little man's forgotten its name. But he still remembers the feeling and looks. Look, he moves. The feeling animates. Blah, blah, blah. Könnte es sein, dass ich das vergessen habe und deswegen, ich habe das möglicherweise die Seen, die man vergessen hat. Oh Gott, das sind ja wo viele. Actual Art Degree. Ja. Actual Art Degree. Das wird es gewesen sein. Ich kann das wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Weil ich das gelöscht habe. Oh nein, ich bin ein schlechter Cop. Vergeht die Zeit nicht, wenn man nicht redet? Das ist noch immer 18.56 Uhr laut diesem Ding. Das ist natürlich interessant. Vergeht die Zeit nur dann, wenn man mit irgendetwas interagiert? Habe ich mit dem Typen schon mal geredet? Ah, okay. Möglicherweise ja. Shit ain't nothing to me. Na gut. Aber wenn ich hier eh nichts machen kann, wir müssen auf Kim warten. Das heißt, ich könnte da hinten tatsächlich noch weiter rennen. einfach. Ich habe das letzte Mal mit diesen Typen geredet. Es scheint wirklich so zu sein, dass das Laufen alleine keine Zeit verbraucht. Interagieren hingegen. Also mit Dingen interagieren, verbraucht es Zeit. Hm. Gut. Also wie schon gesagt, da hinten gab es noch mehr Zeug. Geht es irgendwo durch? Nein, das... Können wir mit den anderen beiden eigentlich auch reden? Ich meine, wir haben offensichtlich instinktiv gleich mit dem Richtigen begonnen zu reden. Aber versuchen wir mal mit Rosemary auch zu reden. Ich meine, wir haben Was? Was? Was are you talking about? Good to see you too, Fern. Oh. Okay. Also wir können hier Drogen kaufen. Send me some speed. Okay, wir haben aber noch Drogen. Here's the money for a Pilsner. I want a pack of smokes. Blue medicinal spirit. Hm. Why does the bottle of spirits cost 300 Rial? Okay. Okay. No, let me let him speak. Ja. What is? What do you mean? What? What did you think was funny earlier? Where did you get the bottle of spirits from? Ah, das Infektionsmittel. Okay, leider verstehe ich nur die Hälfte von dem, was du sagst. Okay, that's a good tip. I should remember it. Okay. Okay. Okay, have they no shame taking money for a service they provide? Okay. 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 Tja, wer wäre es? Immerhin war es bei einem Menschen-Doktor und nicht bei einem Biologen. A free real. Can I smell it first? Klingt gut. I think it will prove useful, yes. I think you didn't hear me when I said I'm a police officer. I fought by speedcumant and setmin. Right, got it. Quite a business venture you've set up here. Okay, what do you mean? Ah, und zwar. Also der Dealer. Danke, Visual Calculus. I'm already hooking for Kuno, I think. Okay, here's the money for the spirits. Wollen wir blue medicinal spirits? Das klingt gefährlich. Ich würde ganz gerne wissen, was das kann. Ah, was? New task, spirit is internal. I'm off. Okay. So, was kann der Spirit? Nichts. Ah, aber er bringt sechs Goldstücke. Das heißt, ich könnte ihn möglicherweise teurer verkaufen, als ich ihn gekauft habe. The liquid has an unearthly blue tint. The kind might or might not definitely does glow in the dark. This is 98.7 pure alcohol. Das ist der Theotope Punkt von Alkohol mit Wasser. Keep it away from an open flame. Okay, wir werden uns dran erinnern. Spirit is eternal. The horrific necktie is getting ready for the endgame. For the love of God, do not remove it till the magic happens. Wir haben es bereits removed. Ah, doppelt geklickt. So, sprechen wir mit Abigail auch noch. Okay, an unshaven man with a ruddy nose. He narrows his eyes at you as if in recognition. Then turns his head away. Okay, okay, das ist der, der am meisten gebrochen ist von allen. Mhm. Cool, Sabi, gell? Mhm. Wahrscheinlich nicht, nein. Okay. Electrochemistry und das von dir. Tell me about your friends walk away. Okay, wir gehen. Okay. Oh, er tut mir beinahe leid, wenn ich Zeit hätte dafür, dass mir jemand leid tut. Sprechen wir mit den Kindern auch noch. Was soll's? Okay. Lillian's twin. Mhm. Hey, where's your mom? You guys look identical. Oh, Gott. Oh, Gott. Das könnte ich echt sagen. Hey, where's your mom? You guys look identical. Yeah, it said that. Yeah, it said that. Offensichtlich keine interessante Konversation mit diesen Burschen. The street sign is illegible below the ground, so. Hard to see the details, the colors are all warm and welcoming are cozy, though. Flower fruit truck, where nothing really grows. Maybe in spring. So lange können wir nicht warten. Sprechen wir mit der Dame. Wahrscheinlich. Na, oder auch nicht. See shot so high. Okay. If you can't see, then how did you know I was there? Lean forward. See you at the same accent we measure had, glaube ich. Ah, I don't cross, so I take care of trouble. We're cops. We're hell races. Big, big, bang, bang. Okay, wir sind freundlich. Wait, I've been here before. Okay. Okay. Das finde ich sehr euphemistisch ausgedrückt für wir haben ihn eingesperrt in dem Morsig-Budist-Place. What kind of an evil omen are we talking about? ok I'm an evil omen alright if I'm considered an evil omen why hasn't anyone told me that? ok warum das? ok ok where could someone stay around here? what is in this fishing village? what's further down the coast? tell me about yourself who exactly are you here? do you know anything about the lost jacket? there's honor in retrieving lost things no I just need to be needed I just forgot to ask for a reward wir nehmen das erste das bringt xp die mutter von den zwei buben ok where could someone stay around here? hmm hmm uh das klingt gut billiger als auf jeden Fall als das als das wording in rags how much is it? ah ja aber bei mir aufregend dass ich kein Geld für die Jacke verlange wait hold on you're just giving it to me oh das ist so nett du bist die erste Frau du bist die erste Person hier die nett zu mir ist und sich nicht über mich lustig macht I'm not sure it's appropriate for the RCM to accept free accommodation wait why isn't anyone using the room ah one more time I can't just have the room you got yourself a tenant no I don't want a free room it's not proper ja you got yourself a tenant warum nicht das ist nett tell me about yourself who exactly are you here okay okay not and double if fraud if reiter harrier du you can call me tequila sunrise I lost my name okay ich hab schon drei Namen hmm unset nicht sunrise ähm aber so nett wir sagen den richtigen Namen so bin ich halt what is what do you mean This place is pornographically poor. Warum sollte ich sowas sagen? Conceptualization. Wieso sagst du mir sowas? Ich hätte nicht in blaue Sachen investieren sollen. There's got to be something here. Tell me, who else lives in this village? Okay. Oh yeah, I met a couple of drunks here. There's got to be something here, man. Is there a way to make a little money around here? We saw. We are verdienen. Wrong, it can get me older. Alright, there's another topic I'd like to address. What's further down the coast? Why is it dependent? Okay. 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 Ah, das ist schade natürlich. Ich habe the feeling you're leaving stuff out. What else is going on? Okay. Musik ist gut, wir sind Disco. What else is on Downcoast? Which is it then? Apartment or electrical plant? Anything else of note? Who would want to come to a fish market here? That's it. There's got to be more down the coast. All right, got it. Okay. Und der Dings ist eigentlich auch da. Aha, wir können da jetzt rein, vor allem war da nicht öffnbar. You can see into the house from the same way. Undock the shack door with the key. Ah, wir haben ein Zimmer, ohne dafür was zu bezahlen. Yes. Wenn Kim zurück ist, müssen wir unbedingt singen gehen. You see the waves, the sea, a church. Oh, there's a few besser. So ist das, wo wir besetzt waren. Old science fiction magazines booked about birdwatching and Almanac from 39. The floorboards creak under your step. Okay. Okay. We'll see was hier unten drinnen. This intricate heat engine hums quietly giving out pleasant warmth. Was ist das? Was zu unten? Oh. A straight way it soaks inside the wash basin. Is shaving the right call? Time to shave, get this mutton's chops. Aber wir haben glaube ich Hand-Eye-Coordination, haben wir irgendwelche Sachen, die Boni bringen. Haben wir nicht ein einziges Ding, was unsere Hand-Eye-Coordination verbessert? Wow. Das ist froh. Hm. Was ist das? Okay. Wir können nachher wieder einen Enzyklopädie-Check machen und wir Enzyklopädie steigern. Wir haben hier ein Bett zum Schlafen, nehme ich mal an. Wisst ihr was, versuchen wir das mal. Ich würde mich ganz gerne rasieren. Wir brauchen neun oder höher. Komm schon. Okay. Okay. This isn't sharp enough. Straight farther. Leave it for now. Danke Hand-Eye-Coordination. Leave. Okay. Gut. Wir können natürlich... Ah, da ist noch was. Uh. Logic. Eine Logicjacke. Die ist nicht cool aus der Jacke. Correct. Checkmate, Quavoija. Jacket. This swanky Jacket flatters your form in a way that makes you feel the fun. Kineffuinen Das sind sehr schönes zettelungsvolle pock. ist ja manchmal ist sicher nicht schlecht na gut dann würde ich fast sagen gehen wir zurück und schauen wir ob kim wieder da war hier war in between episodes quasi das hat euch gefallen wir sehen uns das nächste mal wieder bis dann und was schönes